Hallo, liebe Tiefske-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Football Manager 23. Nächstes Spiel gegen den SC Freiburg. Okay. So, was wollen wir denn hier machen? Der Code will unbedingt hier alle ändern, anscheinend. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Inklusive Torwart, was ist denn da los? Zweite Bundesliga? Das warten wir noch ein bisschen. Wir machen hier auf Offensiv. Mit mehr Pressing. Okay, und ständig zu pressen in Höfler. Genau, okay. So, dann haben wir hier Teamauswahl. Warum will der hier alle tauschen? Das verstehe ich nicht. Nee. So, pass auf. Dann haben wir hier... Der Wanner ist ein bisschen erschöpft. Das ist okay. Können wir mal was mit dem hier... Ah, ich dürfe nicht spielen, okay. Pass auf. Wo sie alle in der Mitte ist, klar. Dann Mané. Tell vorne, würde ich sagen. Rezka, Sabitzer, Müller. So, dann hinten. In der Verteidigung haben wir Meccano. Die Licht. Power. Genau. Kimmich. Wieso sind die nicht registriert? So, Teamauswahl. Sind sie jetzt registriert? Jetzt sind sie registriert. Okay. So, dann hätte ich gerne... Wir haben keine Verletzten. Das ist ein Traum. Bis auf den Herr Saar. Aber gut, der ist nicht so wichtig für uns. Ähm... Das passt, Kimmich. Kuretzka. Kuretzka. Genau. Außenverteidiger. Das macht er hier drüben auch. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir mal loslegen. Halt, der Tell braucht noch eine Anweisung. Nee, das hat er nicht. So. Okay. Und go. Ja. Welche Rücknummern fehlen noch? Ach so. Okay. Okay. Oh Gott. Was haben wir denn da für eine Nummer zur Auswahl? Oh je, mini. Der Terram bekommt die 30. Und der Singo. Also die 44. So. Beziehungsweise der Terram könnte aber auch... Nee, das passt schon so. Okay. Gut. Nur mal abgeben. Zum Spiel bitte. Zum Spiel bitte. Kabine. Sie sind der Favorit. Genau. Wieder raus. Dann werden sie dann schlagen. So. Jetzt sind der noch. Genau. Das zweite. Los geht's. Los geht's. Und los. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, knapp! Yes, wunderbar gespielt! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Oh Leute, meine Herren, das muss er halten. Wie ist das? Da gehen wir nicht. Die Halbzeit bin ich umsofrieden. Ja, weiter los, können wir es übersehen. Applaus 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 Wir werden jetzt gleich mal Wechseln. Und zwar werden wir einwechseln den Tram für den Tell. Wenn wir wegkriegen wieder, und zwar den Tare für Müller. 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 Und zwar den größeren Tare für den Amandes. 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 Kommt hier die Pfeife ab. Eine halbe Minute. Yes, ein riesiger Sieg. Sehr gut. Ja, wir bleiben fokussiert. So. Und das Zweite. So. Perfekt. Wir sind wieder gut mit dabei. Hier ein Punkt Rückstand. Auf den Ersten. Ja, in der Zwischenzeit habe ich ja schon einiges hier gemacht. Also der Thuram, wie gesagt, wurde verpflichtet, hat sein Debüt gegeben. Ich bin auch dabei, schon für die nächste Saison ein bisschen mich umzuschauen in Sachen Spieler. Damit wir da zukünftig auch gut aufgestellt sind. Und einen Stürmer hätte ich noch gerne, so einen Vollblutstürmer. Der darf dann schon etwas kosten. Da habe ich schon einen im Auge. Da warten wir aber noch ein bisschen. Mehr verrate ich noch nicht. So, nächstes Spiel gegen Leipzig. Also, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Dann bitte ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wir haben ja noch mehr Fußballmanager auf diesem Kanal. Nicht nur einen, sondern insgesamt drei. Ja. Jeder steht für sich alleine. Hat Vor- und Nachteile. Das alles ist Geschmackssache. So. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Nachrichten, damit ihr seht, was ich so zwischendrin noch alles mache. Hier, das hier ist am schwierigsten hier, wo Real Madrid gibt ein Angebot ab für Opa Meccano. Hm. Ich will ihn aber behalten. Das ist der Punkt. Okay. Das bleibt auch so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.